Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal zurück zu Flug- und Flugpack-Detail. Wir bauen heute die A10 Thunderbolt. Wie ich euch schon in mehreren Kommentaren gewünscht habe, wo ich das letzte Mal gesehen habe, dass ich eigentlich mein Jet bauen soll. Da habe ich mir so gedacht, warum nicht? Ein Jet gehört eigentlich auch zum Militär. Oder nicht eigentlich, sondern gehört zum Militär. Und deswegen bauen wir heute die A10 Thunderbolt. Es ist ein... Ja, es ist nicht wirklich ein Jet. Es ist eigentlich auch nicht wirklich ein Flugzeug. Es ist eigentlich so ein Mischmarsch. Also es ist nicht wirklich ein Jet, weil es nicht wirklich... Oder ist es ein Jet? Ich weiß es auch nicht. Wir bauen ihn heute und ganz gut. Ihr braucht Blackwall, Quartzblock, die Slaps davon, beide Buttons, bei mir im Textualpack schwarz, wie gesagt, Item-Grain und Light-Stay-Grain-Glass. Das ist das gute Ding. So. Anfang tun wir, indem wir hier ein Blöcken machen und zwei Abstand und dann zwei Sohlen machen, dass es dann so aussieht. Dann nehmt ihr die Blöcke und packt die hier rauf. Durchziehen. Zwei Abstand hier über dem Reifen. Dann könnt ihr eigentlich auch schon den Button dran machen. Nicht da. Und hier vorne auch noch den. Das ist die Minigun. Die ist nämlich eigentlich hier unten so dran. Unter dem ganzen Flugzeug ist so die Minigun dran. Aber. Ja. Dann macht ihr hier drüber in einem Abstand das Glas hin. Und. Jetzt ziehen wir das hier mal kurz ein bisschen länger. Dann nehmt ihr die Slaps und macht die vom Block aus vorne, also vor dem Reifen, so ran. Vier Stück. Nochmal vier Stück. Und ein. Das ist dann, wenn sie insgesamt fünf sind. Auf der anderen Seite genauso. So. Nun nehmt ihr die Quartz-Blöcke und platziert sie hinter dem Block am Flügel, zwei in die Breite, also in die Länge nach hinten und jeweils drüber. Nun nehmt ihr die, ähm, also jetzt macht ihr erstmal einen Block hier weg, und macht hier oben so das hin. Und nehmt die, ähm, Slaps und macht drei in die Breite. So. Hier sind die Blöcke und platziert die hier oben drauf. Dann nehmt ihr die Itemframes und platziert die hier hinten dran. Das war's. Oh ne. Dann nehmt ihr die, ähm, Slaps und platziert die bis hier hinten hin. Ja. Gut. Das war's von diesem Tutorial. Es ist nicht viel. Aber, ja, es ist die Thunderbolt. Ich könnte jetzt eigentlich auch noch den Jet bauen, damit es nicht ganz so ein kurzes Tutorial wird. Aber ich könnte es dann heute auch noch hochladen. Und, also, deren Jet kommt dann als nächstes ran, das ist, ja, soweit ich weiß, ein ausgedachter. Also, ja, er sieht eigentlich keinem Jet wirklich ähnlich, obwohl jeder Jet irgendwie, jedem Jet ein bisschen wie sieht. Ähm, das war's von dem Tutorial. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Machen wir rein.